Hoppla, es filmt. Es tut mir leid, es war ein Versehen. Ich habe eine Drüsenfehlfunktion im mittleren Unterleib. Die Notwerte sind zu hoch, weil Notwerte, sagt der Arzt. Die Notwerte sind vollkommen aus dem Gleichgewicht. Aber als Kassenpatient kann ich mir natürlich die tausend Tabletten nicht leisten. Gibt meine grüße Fehlfunktion. Die Notwerte Die Notwerte Die Notwerte Die Notwerte